Stamml 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 zur Tirol Driving Experience 2018 von Sportwagen Tour D Petit, Liebdangen Juhu Als erstes, wie schon angekündigt, Start Nummer 3 Safety Car Man hat sich vorn gesammelt Jetzt fährt Martin Lintzer mit Gajano und Thorsten Quarien und Porsche nach Das war es Und ganz voll mit dabei, Oma irgendwie mit Nutter aus Husum, Narschmann, die können nicht dazu. So, aber jetzt wieder, ich starte mal 4-4-4 im Jaguar F-Type. Vater Scholz, nebst Sohn, nachher gerade immer den Vornamen an und merkt. Andreas Scholz im wunderschönen Jaguar, hat einen wahnsinnig guten Tag und, lassen wir ihn raus. Viel Spaß, bis gleich. Sehr gut, da gibt es was auf die Ohren. So, und als nächstes Start Nummer 6, Markus Kudani im Audi RS6 MTM, optimiert auf über 700 PS, mehr sagen wir nicht, 7 XX PS kann man sagen, oder vielleicht auch 8. Partner und Sponsor von SportwagenTour.de, von der Firma FS Montage- und Dienstleistungs-Service, mehrfach schon dabei gewesen. Wir sehen uns gleich wieder, viel Spaß. Und raus mit geballter V8 Bitobopower aus Ingolstadt. Das war ein Quattro, das geht halt vorwärts, gell. Da fällt sich nichts. So. Christian Rabe, im Box der GTS. Freundin Claudia dabei. War schon im Gardasee-Tour dabei. War ein riesen Gaudi. Das ist jetzt 365. 365 Boxster, oder? Genau. Also Turbo. Perfekt. Dann, was man los. Der gelbe Rabe. The Crow. Im Bild. Als nächstes Bastian Heiler. Im Porsche 991 MK2, oder? MK1, okay, also noch Sauger. Genau. War Mixed Turbo, das ist noch so, wie sich's gehört. Mixed Freudin Marina. 3 Liter Hubraum, 400 PS, 420, 400. 3,8, genau. Herr Heiler? Die Strecke ist offen. Ah, das war aber gar nicht. Gut, okay, jetzt haben wir wieder Rote. So, jetzt geht's. Bei Heiler, bis gleich mal hin. Bis gleich. Genau, so hört sich der Sauger an. Als nächstes Startnummer 991, 4S, Jürgen Schlezer. Nebst der hübschen Freundin Sieg gewohnt. Auch schon bei der Bavaria Tour dabei gewesen, im Porsche 991, Carrera 4S. Viel Spaß, zwei hübschen. Bis gleich. Als nächstes Startnummer 4, 6, 6. Andreas Lama in der Corvette C7 Grenzfurt. Das heißt, gefolgt von Startnummer 6, das werden wir dann gleich sehen. Die Corvette optisch wie die Z06. Bremse auch. Aber ohne Kompressor, braucht es aber nicht unbedingt, hat auch so genügend Leistung. Oder? Reicht aus, genau. Richtig, genau, genau. Ein guter Fahrer, er setzt oft den Kompressor. Da hast du recht, so ist es. Mit Freundin Anja? Frau Anja, Entschuldigung. Oh, schon 30 Jahre, nicht mehr die Freundin. Das will, was heißt. Und jetzt, auf die nächsten 30 Jahre. So, und als nächstes kommt jetzt ein Auto, das mutet optisch genauso an, wie das Auto, was vorher schon gestartet ist. Es ist aber die Z06, also Corvette C7 mit Kompressor 649 PS Plus. Startnummer 0, 6. Und, das ist Markus Göttl. Hat unter anderem noch ein Porsche 997 GTS. Und für die Tour in die Berge rein, ist er lieber mit der Corvette unterwegs, weil er macht's mehr Spaß. Da kann man beim Kunden rausbeschleunigen, auch den ein oder anderen Porsche-Bretten. Aber wir fahren ja ganz gemächlich und ruhig. Viel Spaß. Bis gleich. Und, go. Markus Göttl. Markus Göttl. Ja, da merkt man gleich, wie der Kompressor schiebt. Startnummer 610. Thomas Weiß im Lamborghini Huracan. 5,2 Liter V10. 610 PS, oder? Plus auch, nehme ich mal an. 600XXX als Performante. Oder sogar 640. Das haben viele auch ohne Performante. Auch ein Teilnehmer, der bei der Italien-Tour am Garnasee mit dabei war. Aber wir werden heute mindestens genauso viel Spaß haben. Startnummer 610. Thomas Weiß. Viel Spaß. Bis gleich. Da wird sich das von Beschleunigen aufhören besser an wie Beschleunigen. Startnummer 11. Erwin Jakob im Box 3. Als Sauger 3,2 Liter, nehme ich an. 3 Liter? 3,4. Genau. 3,4 Liter 33 PS da. Oh, genau. Das ist das Special Service Car. Genau. Er sagt gerade, das ist die Zukunft. Elektro. Genau. Wir werden deine Worte beherzigen und die nächste Veranstaltung ausschließlich mit Elektrofahrzeugen abhalten. Nicht, wenn ich da bin. So. Startnummer 11. Noch mit fossilen Brennstoffen, so wie es auch sein soll. Box 3. Erwin Jakob mit seinem Spätzchen Michi Sagert. Richtig, oder? Ja, hi, 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 hi. So, viel Spaß und lassen wir ihn nachhören. So, als nächstes Startnummer 7. Hallo? Edwin Fissmann mit Bruder Max, oder? Passt das? Oder? Sohn? Ja, sieht man ja. Ja, jetzt sieht man ja. Ja, aber, na, man muss schon ganz genau hinschauen, dass man den Altersunterschied erkennt. Also, es war für mich jetzt nicht gleich auf den ersten Blick ersichtlich. Das erste Mal dabei, Riesen-Audi, wahnsinnig tolles Auto, das ist der Audi A5S F5, oder? Ja, ein RS5, aber die Reihe ist FS5, also der ganz neu. 354 PS im Serientrip. Das erste Mal dabei, viel Spaß. Bis gleich. James Mehlins, ein recht unbekanntes Gesicht aus München, noch unbekannt auf verschiedenen Rennstrecken in Europa und Österreich mit dem Porsche G-Modell 911 RSR. Weil zum James, was soll ich sagen? Wenn ich jetzt anfangen kann, über den Fahrer und seiner hübschen Freundin Heike, oder hauptsächlich über ihn, ein paar Geschichten loszuwerden, dann wären wir wahrscheinlich am Mittwoch nächster Woche immer noch da. Ich kann noch eins sagen, Spaß ist garantiert, Auto toll, da passt alles zusammen. James, viel Spaß, bis gleich. Fährst du mehr, siehst du quer, der andere so. Fährst du quer, siehst du mehr, genau. Tügelinke voraus. Beim James haben die Beifahrer-Türen immer nicht liegen, auch dran. Und jetzt, das ist der... Bitte? Der K2er-Fahrer. Ah, ah, genau. HB mit dem 1er MQP Cabrio gab es ja so nie. Das ist ein absolutes Unikat. Die Basis war 1,35 KB, oder? Die Basis ist 1,18er. Okay. 1,18er hat aber auch nicht den Monor drin, also den... vom 1er MQP, das war der SN30, das ist der Sechszylinder Singleturbo, da ist drin vom M3, der V8 mit 4,2 Liter Hubraum, also da ist alles so, wie es BMW nie gebaut hat, so wie es viele gerne hätten bestellen wollen, er hat sich dieses erfuhlt und hat es sich einfach selber gebaut und es funktioniert, er hat Spaß, das Ganze sieht hübsch aus, stimme ich, natürlich werktet die Beifahrerin das Ganze noch massiv auf, aber es passt auch so. Viel Spaß an HB und den einzigartigen BMW 1er MQP Cabrio, äh, 1er M Cabrio. Mario Tchetkov, Zvetkov, so rum jetzt, okay? Mario Zvetkov, aber wichtig ist die Verena Stubner, Beifahrersitz. Das erste Mal dabei und ich bin mir sicher, das wird ein Riesenkabel. Moment kurz, da kommt ein Rieslinger. Und nicht mal. Missa Kriterium 700 PS. Oder mehr. Oder mehr. Oder mehr. Oder mehr. Oder mehr. Oder mehr. Oder es search Amazon? Oder mehr. loan. Oh, come on. neutron biết. ورicht. Vielen Dank.